Falls du hin und wieder mal vor dem Problem stehst, dass du das richtige Verhältnis zwischen Bass und Bassdrum nicht einschätzen kannst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recordingblog und los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recordingblog, meinem Kanal, in dem ich dir mit meinen Tipps und Tricks dabei helfen möchte, dafür zu sorgen, dass deine Musik demnächst genauso gut klingt wie die großen im Radio. Und wenn es dir geht wie mir, dann stehst du immer mal wieder im Mix vor dem Problem, dass du Verhältnisse richtig abschätzen musst. Ist das Verhältnis zwischen Gesang und Musik zum Beispiel richtig? Steht der Gesang zu weit vor der Musik? Ist er in der Musik? Oder ist das Verhältnis von den Gitarren zu den anderen Instrumenten genau richtig? Oder von deinen Synthesizern vielleicht zu den anderen Instrumenten? Habe ich zu viel Hall, habe ich zu wenig Hall? Oder aber die Frage, die uns heute beschäftigen soll, sind Bassdrum und Bass eigentlich im richtigen Verhältnis gemischt? Das heißt, ergänzen die beiden sich richtig? Geht der eine nicht unter neben dem anderen? Wie kann man das eigentlich einschätzen, dass Bassdrum und Bass im richtigen Verhältnis sind? Im Idealfall sind die beiden Instrumente, die ja das Fundament für unseren Song bilden, ungefähr im gleichen Verhältnis, also ungefähr gleich laut. Jetzt ist natürlich die Schwierigkeit, wie kann man das überprüfen? Ein Mittel gibt es natürlich, unsere Ohren. Man kann am besten natürlich mit den Ohren überprüfen, ob beide im gleichen Verhältnis sind. Aber wenn du dich zum Beispiel nicht wohlfühlst mit dem, was du hörst, ob weil vielleicht du nicht sicher bist oder weil du nicht so geübt bist oder weil du vielleicht deiner Raumumgebung nicht vertraust, weil dein Raum vielleicht nicht optimal ist oder sonst was irgendwie, dann gibt es einen sehr einfachen Trick, mit dem man überprüfen kann, ob Bassdrum und Bass im gleichen Verhältnis sind. Gehen wir davon aus, dass es das gleiche Verhältnis sein soll, dass beide gleich laut sind, dann liegt diesem ganzen Trick eine Erkenntnis oder eine Tatsache aus der Physik zugrunde, nämlich wenn du ein Signal mit einem gewissen Pegel hast und ein gleich lautes Signal dazu gibst, dann ist das Ergebnis von beiden um 3 dB lauter. Und genau das müssen wir eigentlich nur überprüfen. Dazu nehmen wir einen handelsüblichen VU-Meter, also einen Pegelanzeiger, der so wie früher, so mit zwei Nadeln anzeigt oder mit einer Nadel anzeigt, wie der Pegel ist. Vorteil von so einem VU-Meter ist nämlich, dass der die gemittelte Lautheit anzeigt, nämlich den RMS-Pegel und nicht eben die Peaks, die bei so einer Bassdrum ganz schnell mal etwas stärker ausschlagen können. Falls du nicht weißt, wovon ich rede, kann ich dir hier mal ein Video einblenden, da kannst du nochmal dein Wissen überprüfen und nochmal nachgucken, was genau damit gemeint ist. Da wird auch erklärt, warum zwei Signale dann zusammen 3 dB lauter sind. Aber wir gehen jetzt gleich erstmal in die Session, gucken mal, wie man Bass und Bassdrum ins richtige Verhältnis rücken kann. Verpasst danach nicht die Frage der Woche, denn da geht es darum, ob und wie man zwei USB-Mikrofone an einem Rechner betreiben kann. Schwierige Frage, aber die Antwort gibt es nach der Session und falls dir dieses Video jetzt schon gefallen sollte, würde ich mich freuen, wenn du mir das zeigst über einen Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefällt, drück einfach zweimal auf Daumen nach unten und ganz schnell hier auf das nächste Video auf der Seite. Und wir gehen jetzt rüber in die Session und gucken mal, was so geht. Also los geht's. So, da sind wir schon in der Session und ich schlage vor, dass wir erstmal reinhören, was wir hier eigentlich vorliegen haben. Folgendes. Schönes Chilly-Willy-Pattern, das ich eigentlich mal dringend zu einem Song fertig machen sollte, fällt mir gerade auf. Aber wie man hören konnte, der Bass ist zu laut. Beste Voraussetzung also, um mal unseren Trick auszuprobieren und dafür zu sorgen, dass Bass und Bassdrum im richtigen Verhältnis sind. Also ziehen wir mal den Bass hier erstmal runter und ignorieren den. Wir brauchen jetzt eine Ausgangsbasis. Ich habe ja gerade schon gesagt, wenn zwei gleichlaute Signale zusammenspielen, sind sie 3 dB lauter als das eine Signal oder eins von den beiden Signalen alleine. Will sagen, wir brauchen nur eine Referenz, einen Ausgangspunkt, an dem wir überprüfen können, was der Status Quo ist. Und dann, wenn beide zusammenspielen, müssen die quasi 3 dB lauter sein. Wir nehmen einen VU-Meter dazu, wie ich es gerade schon gesagt habe. Ich nehme den von der Waves Collection, der halt bei dem Waves Bundle dabei gewesen ist. Glaube ich in jedem Basis Bundle von denen auch schon mit dabei. Aber falls du ein freies Plug-in haben willst, die netten Kollegen, die schon eins haben, schreiben es bestimmt unten mal in die Kommentare rein. Da gibt es freie Plug-ins von Unmengen an Anbietern. Und die sind vom Funktionsprinzip her alle gleich. Die messen also wie so ein altes VU-Meter schön, genauso wie unsere Ohren hören, die gemittelte Lautheit. Also nicht die einzelnen Peaks, sondern die Lautheit insgesamt. Und dann kann man die noch justieren. Hier bei diesem kann man zum Beispiel hier oben den Headroom heißt dieser Schalter. Eigentlich ist das so eine Kalibrierungsschraube, mit der man dann nochmal dafür sorgen kann, dass der genau das anzeigt, was man haben will. Und das Tolle ist, dass wir heute jetzt mal in diesem Fall, also bei diesem Beispiel jetzt nicht über absolute Pegel sprechen. Das heißt, wenn der hier jetzt gleich pieken sollte, entweder bei Null oder in einem roten Bereich, heißt das noch lange nicht, dass der im roten Bereich ist oder so. Diese Null ist jetzt im Moment hier, wie man hier auch sehen kann, ich zoome nochmal rein hier, auf minus 18 dB eingestellt. Das heißt, wenn der hier Null anzeigt, ist das in Wirklichkeit minus 18. Aber nochmal, wir sprechen über relative Pegel. Das heißt, ich stelle jetzt einfach mit diesem Headroom-Schalter oder mit dieser Kalibrierungsschraube an diesem VU-Meter jetzt einfach mal die Bassdrum so ein, dass die bei minus 3 ungefähr ihren Ausschlag hat. Minus 3 ganz einfach, weil wenn ich die bei minus 3 einstelle und dann später den Bass dazugebe, müssen beide zusammen bei Null rauskommen. 3 dB lauter. Das sollte dann leicht zu überprüfen sein. Und um noch zu erklären, wie das Routing hier ist, die Bassdrum läuft hier quasi auf den nächsten Bus, der heißt Mucke Komplett. Bei mir, wenn du meine Videos schon ein bisschen länger verfolgst, weißt du, dass meine kompletten Musikkanäle alle auf Mucke Komplett, also auf einem Bus zusammenlaufen, wo die komplette Musik zusammengefasst wird, das komplette Playback. Und die Bassdrum geht natürlich logischerweise auf diesem Mucke Komplett Bus, genauso wie der Bass. Also Bassdrum und Bass gehen beide auf diesem Mucke Komplett Bus. Perfekte Voraussetzung, also auf diesem Bus dann auch das VU-Meter zu haben. So, jetzt haben wir die Bassdrum und gucken mal kurz, dass wir die eingestellt kriegen als Referenzpunkt. Die stelle ich mal auf Solo. Gucken, wo die hier ausschlägt. Es ist ein bisschen mehr als eine dynamische Bassdrum, aber die ist ein bisschen... Ja, komm, stellen wir mal hier nicht die 18 ein, sondern die 17. Wie gesagt, alles relativ sieht, könnte bei dir schon völlig anders aussehen. Aber die Peaks sollten jetzt hier gut sein. Genau, ungefähr minus 3. Jetzt der Theorie folgend, müssen wir also nur den Bass dazu schieben und dafür sorgen, dass dann eben diese Nadel eben nicht bei minus 3 ausschlägt, sondern bei 0. Und das machen wir jetzt einfach mal. Ich hoffe, ich habe das VU-Meter groß genug eingestellt, dass du es auch so sehen kannst. Ich schalte den Bass auf Solo und schiebe ihn dazu. Los geht's. Ja, das ist auch sehr dynamisch. Ich glaube, die erste Bassdrum und der erste Bassschlag, die waren, glaube ich, schon sehr nah beieinander. Hören wir mal kurz. Ein bisschen kürzer machen den Loop. Noch ein bisschen kürzer, dass wir nur den ersten Schlag haben. Noch ein bisschen kürzer, so. Genau, jetzt können wir es überprüfen. Also nochmal die Bassdrum alleine, die piekt ungefähr bei... Bei minus 3, genau. Und der erste Bassschlag jetzt dazu. Jetzt müssten sie ja bei 0 sein ungefähr. Ja, vielleicht einen kleinen Tacken drüber. Da muss man ja nicht päpstlicher sein als der Papst. Es geht ja um eine Ausgangsbasis. Ich glaube, damit können wir ganz zufrieden sein. Haben es also jetzt geschafft, die beiden ungefähr da in die gleiche Richtung zu kriegen. Hören wir uns das ganze Ergebnis mal im Mix an. Ob es funktioniert hat, ob der Bass jetzt immer noch zu laut ist oder ob der jetzt mit der Bassdrum und mit dem kompletten Playback besser miteinander zusammenspielt. Los geht's. Also okay, man hat sich auf den Bass ein bisschen eingehört, aber mir gefällt es jetzt persönlich schon deutlich besser und Bassdrum und Bass sind deutlich näher beieinander als vorher schon. Perfekte Ausgangsbasis und dann kann man ja noch ein bisschen tweaken, ob man ihn ein kleines bisschen lauter oder leiser macht, je nach Geschmack. Aber die Ausgangsbasis fand ich klasse. Trick hat also funktioniert. Daumen nach oben und wir gehen jetzt mal zur Frage der Woche. Also los geht's. Also schon sehr praktisch. Und das Tolle ist, das ist ja fast idiotensicher. Das heißt, du brauchst noch nicht mal deine Ohren, sondern kannst tatsächlich nach Auge einstellen, ob Bass und Bassdrum im richtigen Verhältnis sind. Besser geht's ja eigentlich gar nicht, ne? Vor allem, wenn du eine unangenehme oder nicht optimale Abhörsituation hast und nicht überprüfen kannst, ob Bass und Bassdrum im richtigen Verhältnis sind. Top-Methode auf jeden Fall. Und wir kommen jetzt zur Frage der Woche. Die Frage der Woche kommt heute von Konstantin. Und Konstantin schreibt, Servus Jonas. Du, ich bin heute über dein Video zum Thema Tonqualität gestolpert und bin mega begeistert. Gut nachvollziehbar und sehr angenehm zum Schauen. Ja, vielen Dank Konstantin. Das freut mich immer sehr. Jetzt habe ich nur eine Frage. Wir sind dabei, einen Podcast zu gestalten, der aber gleichzeitig auch gefilmt ist. Wir haben uns jetzt für die Rode NT-USB-Mikros entschieden. Und nun zu meiner Frage. Kann ich mit zwei Mikros an einem Rechner aufnehmen? Und wenn ja, welche Software empfiehlst du dafür? Geht Studio One Artist da auch? Hm, verrückt. Jetzt sind es doch drei Fragen geworden. Ich freue mich, von dir zu hören. Liebe Grüße aus München. Konstantin. Liebe Grüße aus Münster. Auf jeden Fall schon mal zurück. Und die Antwort ist ein ganz klares Jein. Also erstmal kommt es darauf an, mit welchem Rechner du arbeitest. Wenn du wie ich mit einem Mac arbeitest, ist das überhaupt kein Problem. Du steckst einfach beide Mikros dran. Dann kannst du in den Audioeinstellungen beide Mikros einfach zu einem Audiointerface zusammenfassen. Und dann hast du im Prinzip schon beide, die du dann in der DAW deiner Wahl betreiben kannst. Welche das auch immer sein mag. Da komme ich aber gleich nochmal eben zu. Das heißt also, im Mac ist es relativ einfach zu machen. Und falls ich das mal genau zeigen soll, schreib es mir gerne mal unten in die Kommentare. Dann zeige ich mal, wie man zwei USB-Mikrofone oder zwei USB-Soundquellen zusammenfassen kann. Beim Windows-Rechner sieht die Sache allerdings ein kleines bisschen anders aus. Denn ich weiß nicht, woran es liegt. Aber seit Urzeiten ist es unter Windows nicht möglich, mehr als eine USB-Audioquelle zu benutzen. Es gab da immer mal so Krücken, immer mal so Hilfs-Plugins oder Software wie ASIO for all. Also ASIO für alle sollte das bedeuten. Aber das sind Sachen, die im Produktionsalltag, also wenn du wirklich professionell und sicher einen Podcast aufnehmen willst und dich auf die Technik verlassen willst. Das ist einfach eine Krücke, die bei einigen funktioniert, bei anderen nicht funktioniert. Deswegen davon am besten Finger weg. Deswegen ist es unter Windows ein bisschen schwieriger. Ich habe gehört, dass es eine Software geben soll, die da funktioniert. Voice Meter heißt die. Meter in dem Fall aber vorne mit zwei E. Also Meter, wo zwei Sachen sich mieten, treffen. Keine Ahnung. Voice Meter. Ich kann mal einen Link unten in die Kommentare, nicht in die Kommentare, in die Videobeschreibung reinpacken. Und falls du Erfahrung haben solltest mit Voice Meter, kannst du es ja auch mal unten in die Kommentare mit reinschreiben. Denn das Wissen unserer Community von der Recording-Blog-Familie ist ja doch ganz wichtig. Dieses Schwarmwissen. Vor allem, weil ich mich mit Windows-Rechnern nicht so gut auskenne. Also mit den Rechnern schon, aber im Audio-Bereich vor allem nicht. Und wie gesagt, unter Windows ist es extrem schwierig, zwei USB-Audioquellen zusammenzufassen. Aber mit Voice Meter soll das gehen. Das heißt, du hast so einen virtuellen Mischer. Da werden dann deine USB-Audioquellen zusammengefasst. Und von da aus dann auf ein virtuelles Audio-Interface geroutet, das du dann wiederum in deiner DRW benutzen kannst. Und jetzt kommen wir zur zweiten Frage. Ob ihr mit Studio One Artist-Version aufnehmen könnt, einen Podcast? Aber ganz sicher. Ihr könntet sogar mit der Free-Version einen Podcast aufnehmen. Die Bearbeitungsmöglichkeiten danach sind halt ein bisschen eingeschränkter. Also mit der Artist-Version habt ihr auf jeden Fall alle Plugins an Bord, die PreSonos mitliefert. Ihr könnt bearbeiten, wie ihr lustig seid. Damit kann man einen perfekten Podcast aufnehmen und ihr müsst eigentlich nicht mehr Geld ausgeben. Es gibt auch diverse andere Software natürlich. Auf dem Mac ist das zum Beispiel GarageBand. Es gibt natürlich auch noch günstige andere Versionen von Cubase und von ProTools. Alles Einsteiger-Versionen. Aber da man bei einem Podcast sowieso nur zwei, vielleicht drei Spuren aufnimmt, ist das kein großes Hexenwerk. Und theoretisch könnte man das sogar mit Audacity machen. Lass dich jetzt aber nicht verwirren von diesen ganzen Möglichkeiten mit Studio One PreSonos, Studio One Artist-Version. Bist du bestens aufgestellt, da machst du überhaupt gar nichts verkehrt. Ich hoffe, dass Jain konnte dich nicht, oder hat dich nicht entmutigt, trotzdem dran zu bleiben, mit zwei USB-Mikrofonen aufzunehmen. Und wenn dir das zu kompliziert ist, mein Tipp, einfach zwei normale Mikrofone kaufen. Gibt es auch ganz gute. Und dann ein Audio-Interface zusammen ist sowieso kompatibler. Und man kann es später auch noch erweitern auf vier Mikros oder sonst was irgendwie. Also auch da gibt es jede Menge Möglichkeiten. Wir sehen uns die Tage wieder zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste, mach's gut und Yesu!